Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung von A Quiet Place Tag 1. Und mir fällt jetzt gerade ein, ich hätte das eigentlich cool mit so einem Gag anfangen können, mit pssst, leise sein. Aber ja, ich bin mir sicher, das werden andere schon vor mir und nach mir erledigen. Hallo zusammen und hallo auch an euch beide da vorne, nämlich Chris und Rino. Hallo. Hallo. Sollen wir hier leise sein, habe ich gehört. Leise sein. Ja, hallo ihr beiden. Fantastisch. Ihr Lieben, wir besprechen heute das Prequel zu A Quiet Place. Das heißt A Quiet Place Tag 1. Startet am 27.06.2024 in den deutschen Kinos. Wir konnten uns den Film vorab ansehen. Vielen Dank dafür. Bevor wir aber um diesen Film reden, müssen wir auch mal kurz klären, wie stehen wir eigentlich zu A Quiet Place? Sind wir Fan? Sind wir kein Fan? Haben wir das Prequel entgegengefiebert? Oder stehen wir so ein bisschen verdutzt davor und fragen uns, warum ein Prequel wäre nicht ein dritter Teil sinnvoller? Chris, mach du mal den Anfang. Nun, die 2010er Jahre waren ja ein echter Boom für das Postapokalypsen-Genre. Dafür war ja hauptsächlich eine gewisse postapokalyptische Zombie-Fernsehserie verantwortlich, die sich jetzt totgelaufen hat. Aber das ist ein anderes endloses Thema. Und die A Quiet Place-Filme, finde ich, ragten aus dem Einerlei der postapokalyptischen Filme heraus. Einerseits, weil es wirklich ein interessantes Konzept ist. Du darfst keinen Mucks von dir geben oder gigantische außerirdische Monster schnappen dich sofort. Und vor allen Dingen war ich extrem überrascht über die ausgesprochen kompetente Regie von John Krasinski. Weißt du, da kommt der nerdy Guy aus The Office und knallt einen der besten Sci-Fi-Horror-Filme der ganzen Dekade einem vor den Latz. Da war ich schon echt baff. Ich war sehr angetan vom ersten Teil. Den zweiten mag ich auch überaus gern. Obwohl der sich natürlich, wie wir schon im Vorgespräch und noch heute nach der PV und vor der PV geklärt haben, deutlich mehr auf den Action-Aspekt als auf den Horror-Aspekt fokussiert. Aber mich hat das nicht gestört. Ich mag die ersten beiden Teile ausgesprochen gern. Und der Cliffhanger des zweiten Teils sorgte auch dafür, dass ich unbedingt wissen wollte, wie es zu Ende geht. Mit einem runden Trilogieabschluss. Und dann hieß es Prequel. Wir springen ganz zurück an den Anfang und wechseln die Location von den Wäldern des Mittleren Westens in die Metropole New York City. Und ich war erstmal Bummer. Aber natürlich, weil ich das Konzept nach wie vor sehr mag und auch die Besetzung hier, Lupita Nyong'o vor allen Dingen, war ich gespannt auf diesen Film und wollte ihm trotz allem eine Chance geben, auch wenn ich ihn nicht wirklich haben sehen wollte. Auch nicht wirklich haben sehen wollte, weil dazu gehört der Rino, aber Rino trotz allem würde mich keine Meinung interessieren. Alter, okay. Ich war insofern am meisten daran interessiert, was jetzt passiert in Teil 0 oder 3. Insofern, was rechtfertigt jetzt hier nochmal ein Teil davon, was wir noch nicht gesehen haben an Quiet Place, an dem Konzept, an der Prämisse. Wie Chris eben schon meinte, der erste Teil stach daraus hervor, dass es wirklich mal was anderes war. Ich persönlich finde, ich fand den zweiten jetzt überhaupt nicht verkehrt. Ich finde aber halt, der erste hatte so ein poigniertes Ende, dass jegliche Fortsetzung davon das eigentlich wieder so ein bisschen schmälert und zunichte macht. Und dann ändert der zweite irgendwie wieder fast so ein bisschen ähnlich und von daher war der Sprung nach vorne eigentlich ganz in Ordnung wieder. Und meine größte Frage war jetzt, was macht man damit? Welche Lücke in dieser ganzen Szenerie füllt man damit? Was ist das Existenzrecht von diesem Film? Und hat sich das beantwortet? Nicht ganz so richtig, aber so ein bisschen. Wir werden da auf der Seite sicherlich noch zu sprechen kommen, wo jetzt eigentlich bitte die Sinnhaftigkeit vielleicht dieses Filmes liegt. Ich mach's ganz kurz. Quiet Place 1 fand ich gut. Nicht überragend, aber war wirklich gut. Teil 2 fand ich doch schon ein bisschen schwächer. Jetzt nicht furchtbar, aber schon schwächer. Muss auch sagen, wenn Chris mir vor der PV nicht nur mal gesagt hätte, wie der zweite Teil ausgegangen wäre, hätte ich's auch komplett vergessen. Also ich hatte da auch das Ende wirklich nicht abgespeichert. Dementsprechend war mein Gedanke bei dem Prequel so ein bisschen, ja gut, ist halt Franchise jetzt. Also jetzt kommt ja das Prequel. Ich war aber halt doch gespannt und habe tatsächlich im Vorfeld eher Schlechtes erwartet. Zum einen, weil der ursprüngliche Regisseur Jeff Nichols vor zwei oder drei Jahren das Projekt verlassen hat und dann auch jetzt kürzlich erwähnte, dass er es verlassen hätte, weil immer klar war, es wird ein John Krasinski-Film und kein Jeff Nichols-Film. Und dazu noch, dass der Regisseur, der den Job jetzt übernommen hat, das ist sein zweiter Film, der werte Mann heißt Michael Sarnowski und der hat zuvor diesen ganz wunderbaren Film, ich finde, Pick gedreht. Ja, großartig. Und ich hatte immer so das Gefühl, okay, wenn du Pick drehst, ist das geil, aber ich sehe den Weg von Pick zu Quiet Place nicht. Deswegen hatte ich halt wirklich auch so ein bisschen Schiss, dass dieser Michael Sarnowski da letztlich so ein Auftragsregisseur ist, der das eben so abwickelt und so abliefert, wie es halt Paramount und vielleicht John Krasinski als Mastermind dahinter haben wollen. Und deswegen hatte ich wirklich ein bisschen Bammel, dazu kam auch, dass der Film ein sehr striktes Embargo bis zum Starttag hat und wer so ein bisschen wie wir so schon ein paar Mal mit so Embargos zu tun hatte, weiß, in der Regel ist das kein gutes Zeichen, wenn ein Film so ein Embargo hat. So, jetzt haben wir ihn gesehen, jetzt können wir drüber reden, eine Sache vorweg, wir werden hier nichts großartig spoilern, wir werden ein Detail verraten, was der Film aber bereits in Minute zwei offenlegt, was aber im Werbematerial, Trailer, Bilder nicht so rauskommt. Und trotz allem haben wir uns dafür entschieden, wir werden das jetzt verraten, es ist was Wichtiges, aber es ist jetzt kein großer Reveal. Ansonsten finde ich, ist der Film, ja, er hat jetzt keinen größeren Twist, würde ich sagen, aber wir werden euch natürlich nicht verraten, wie der Film enden wird. Was wir aber euch verraten können ist, worum geht es denn eigentlich jetzt genau in The Quiet Place Tag 1? Und das kann unserer Synopsis Mensch Nummer 1 machen, nämlich der Chris. Chris, hau rein. Wir verlegen den Standort vom Mittleren Westen, wie schon erwähnt, nach New York City und kriegen gleich am Anfang eine nette Information über den Big Apple serviert, nämlich, dass die durchschnittliche Lautstärke in New York sind 90 Dezibel, was einem permanenten Schrei gleichkommt. Das fand ich ein sehr nettes Detail und auch sehr passend zu der Bedrohung, mit der wir es ja nun mal an diesem Franchise zu tun bekommen haben. Und in New York City angekommen, kommen wir in ein Hospiz, wo eben sich um logischerweise kranke Menschen gekümmert wird. Und eine dort ansässige Patientin ist Sam, gespielt von Lupita Nyong'o. Der ist dort ganz und gar nicht gefällt. Sie ist nämlich nicht gerade eine, wie soll man sagen, People Person. Sie kann sich nicht gut mit den anderen Patienten anfreunden, auch nicht mit den verantwortlichen Schwestern und Aufsehern. Bei der ersten Gruppensitzung schreibt sie ein Gedicht darüber, wie scheiße sie dort alles findet und sie ist einfach nicht gerade gut im Adaptieren und Anpassen. Und dann heißt es, wir machen einen Ausflug. Mehrere Patienten werden in einen Bus geparkt und man fährt mitten in die Stadt, um ein Marionettentheater zu besuchen. Sam ist das alles ziemlich egal. Sie möchte einfach nur mal wieder eine richtig gute New York Style Pizza essen. Und zwar eine Pizza in einer ganz bestimmten Pizzeria in Harlem, die für sie auch eine persönliche Bedeutung hat, was sich später im Laufe des Films offenbart. Aber bevor es dazu kommen kann, passiert, was passieren muss. Wir sehen die gewaltigen Kometen oder Asteroidenartigen Dinge am Himmel, die auf New York City runterprasseln. Wir sehen Militärfahrzeuge vorfahren und das Unheil nimmt seinen Lauf wie in dem ähnlichen Prolog, den wir in The Quiet Place Part 2 hatten. Die Monster sind da, sie sind wie immer sehr geräuschempfindlich und die Schlacht geht los und New York City versinkt völlig im Chaos. Vielen Dank. Ja, du hast es schon gesagt, es ist im Prinzip der Anfang ähnlich wie bei Teil 2. Nur haben wir es halt hier jetzt nicht mit dem ländlichen Setting zu tun, sondern halt eben mit Manhattan. Und ging es euch auch so, dass wenn so der erste Sturm vorbei ist und sich so die Stille und der Staub so über die Stadt legt, dass das sehr deutliche Parallelen hatte, fand ich zumindest, zu 9-11? Ja, absolut. Natürlich, ich glaube auch absolut gewollt, vor allem mit dem Staub in den Gesichtern und überall, wie man es auf den Fotos damals gesehen hat. Glaube ich, ganz, ganz eindeutige Bezüge zu 9-11. Ja, das liegt vor allen Dingen auch daran, dass 9-11 nun mal etwas getan hat, was solchen Katastrophenszenarien im Kino ja nun mal irgendwo das Fantastische geraubt hat. Seit 9-11 weiß man ja nun mal, wie es wirklich aussieht, wenn Wolkenkratzer einstürzen, wenn Menschen unter dem Schutt begraben werden und so weiter. Da kann man irgendwie nicht mehr das Ganze in einer anderen Art und Weise inszenieren, weil die Realität hat da die Fiktion eingeholt. Also, wir hatten ja in den letzten Jahren ständig dann irgendwie solche Spektakel, wo man mit 9-11 Symbolik gearbeitet hat, mal geschmackvoller, mal geschmackloser à la Man of Steel. Aber hier, ähm, passte das wirklich sehr gut. Vor allen Dingen, wie Sanoski hier diese, diese Orientierungslosigkeit inszeniert. Die Leute wachen erstmal auf nach dem ersten Schock, wissen überhaupt nicht mehr, wo oben, unten, rechts, links ist und wissen auch nicht, wo sie hingehen sollen. Und das war schon mal sehr eindringlich am Anfang. Ja, total. Ähm, er hat auch immer, also er hat da auch so einen schönen Horrormoment, wenn sie, also Sam so in dieser Stunstwolke, dieser Staubwolke steht und dann um sie herum die Leute so wuseln. Und wir wissen natürlich schon, dass man jetzt besser die Klappe halten sollte, aber das wissen die meisten anderen Leute halt eben nicht. Und dann, dann cashen sich diese Monster halt eben nach und nach, diese Leute weg. ist, das ist jetzt nicht so der große Horrormoment für mich, aber da hast du auch so Szenen, wenn sich eines dieser Monster so aus dieser Staubwolke so herausschält. Und ich finde, das war schon ein schönes Bild, weil es das Ganze auch so ein bisschen, also die Bedrohung wirkte auch irgendwie ganz gut. Ich dachte am Anfang, okay, jetzt kommt das, was wir schon im ersten, ähm, im zweiten Teil hatten, heute eben im Großstadt-Setting. Und es passieren auch Sachen, die habe ich auch so schon oft gesehen. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass die Hauptfigur ausgenockt wird, weil so kann man halt Geld sparen, weil jetzt müssen wir nicht zeigen, was doch alles sonst noch passiert ist. Aber ich finde, bis dahin, ähm, dafür, dass der Michael Zanowski jetzt kein, sag ich mal, Spektakelregisseur bislang war, ähm, also neben ihm vermutlich auch ein bisschen die Erfahrung gefehlt hat, sah das alles gut aus, hatte die nötigen Wumms, ähm, und war auch immer mit so einem, ja, bedrückenden Momentum versehen. Wie siehst du das, Reno? Mhm, bin ich ganz bei dir. Ich muss sagen, dass ich aber auch schon vor, also bevor der, der Shit den Fan hittet quasi auch schon investiert war, weil ich nur schon da das Setup in dem Hospiz irgendwie gut fand. Und ich muss da schon sagen, ich glaube, damit steht und fällt der Film auch so ein bisschen, hat man eine Connection zu diesen Figuren oder nicht? Und wenn ja, dann läuft's. Bei mir, ich fand das ziemlich gut tatsächlich, auch die, äh, die Chemie zwischen, äh, zwischen Sam und, und, äh, oh, ich weiß nicht mehr, wie er im Film heißt, aber Alex Wolff, den man kennt von Hereditarians. Genau, fand ich wunderbar gespielt und ich hätt, ganz ehrlich, auch den Film noch ein, eine Stunde, anderthalb weiter geguckt, nur irgendwie in dem Setting. Ohne Monster hätt mir auch, hätt ich mich nicht beschwert, sagen wir es mal so. Okay, Reno mag gerne Filme über Hospizien. Lieblingsfilm einer Flug über das Kuckucksnest, okay. Ja, exakt. Ähm, deswegen, nee, das, ich, ich, und ich hab damit nicht gerechnet, dass es halt so auf dieses kleine, sehr menschliche, zwischenmenschliche fokussiert startet tatsächlich und das noch mehr, fand ich, als bei den anderen beiden Filmen. Obwohl, wie, wie mehr zwischenmenschlich kann man werden, als, ne, diese Familie und gleich beim ersten Kind weg, äh, klar, ganz so dramatisch ist es dann hier nicht, aber ich finde, das funktioniert wahnsinnig gut und es gibt uns sofort eine Connection zu der ersten Hauptfigur, die zweite kommt da dann erst später dazu, fand ich aber sehr gelungen und, und hab ich so nicht mit gerechnet, hat mir aber richtig gut gefallen. Also für mich wirklich einer der Hauptgründe, warum ich diesen Film wirklich sehr mochte, ist wirklich, ähm, dass, also ich bin so ein, äh, so ein Liebhaber für, so Kleinigkeiten, für einzelne Ideen zum Beispiel, zum Beispiel Dream-Szenario, äh, der auch seine Schwächen hat, aber wo ich immer die Grundprämisse so toll finde, dass ich dem echt vieles verzeihe und jetzt bei Quiet Place Tag 1, ich fand es einfach unglaublich stark, dass die Hauptfigur, die Heldin, äh, alleine ist die meiste Zeit, also sie ist ja bald nicht mehr alleine, aber es ist kein Familienfilm, also die Familie steht nicht im Zentrum des Films, wie so oft, sondern es geht um eine Figur, die so oder so dem Tod geweiht ist. Richtig. Richtig. Nichts gegen, äh, die Familie im Fokus, aber das hab ich jetzt so oft gesehen und nichts gegen Emily Blunt und John Krasinski, aber ich will auch ehrlich sein, die Familie aus den ersten beiden Teilen, ich meine, ich wusste das endlich mal vom zweiten Teil, das heißt, so tief, äh, ins Bewusstsein hatte, haben die sich nicht manövriert. Aber Lupita Nyong'o, äh, Nyong'o, sorry, Sam Samira, ich fand das so toll, wirklich, äh, die liest dieses, dieses Gedicht vor und ich dachte mir sofort, okay, ich möchte mit dieser Figur, möchte ich jetzt wirklich die nächsten 99 Minuten verbringen. Und, äh, das, das bekam ich, danach kam noch eine andere Figur, da kommen wir dann später noch zu und ich muss sagen, also, ähm, die Sichtung ist jetzt bei mir und genau wie bei Christ jetzt, glaube ich, gerade mal sechs Stunden oder so her oder fünf und, äh, der Film beschäftigt mich immer noch. Also, ich bin wirklich jetzt den Tag, äh, mit diesem Film in meinem Kopf so spazieren gegangen und, äh, da gab's so viel, was mir, was mir das gegeben hat, wo ich drüber nachgedacht habe. Es gab auch Sachen, die haben mir nicht gefallen, dazu komme ich später, aber im Gänze kam ich echt aus dem Kino und war wirklich baff, weil, ich hab jetzt schon gesagt, ähm, ich hab schon eher was Schlimmes befürchtet und ich fand den nicht schlimm, ähm, ich fand den ziemlich großartig. So, jetzt ist raus. Wir können aufhören. Ich find halt super raffiniert, ähm, wie machst du jetzt in Runde drei, machst du das nach diesen Zwei-Familien-Dingsen, was, was bringst du neu rein und du invertierst das komplett, indem du der Protagonistin nicht nur, ähm, die, die Motivation änderst, dass es nicht Familie ist, sondern, dass du ihr ne, ne, ne Perspektivlosigkeit einpflanzt im Prinzip, die gar nicht, ne, gar nicht anders geht und was machst du dann damit und ich find das ist der Kern von der ganzen Sache viel mehr als die Monster und die Action-Szenen und die, das New York, ähm, in der Post-Apokalypse und so weiter und so fort und wenn man sich da reinklemmen kann und da die Connection zu findet, dann läuft's. Ja, und, ähm, ich muss auch sagen, dass ich das auch irgendwann gar nicht mehr so gelesen habe als, also Perspektivlosigkeit ist ein schönes, es passt schon. Halt die Motivation ist halt, ne, bei der Familie ist die Motivation, die Familie muss überleben. Ja. Sie hat nicht nur keine Familie, sie hat selber noch nicht mal Überlebensaussichten. Ja, und ich hatte auch irgendwann das Gefühl, dass dieser Film, ähm, auch vielleicht gar nicht so sehr auch, also ich finde, dass die Monster sind nebensächlich, auch wenn die wirklich, es gibt einige spektakuläre und auch gute Szenen, was die Monster betrifft, also da wird man auch gut, sag ich mal, bestanden gehalten. Ähm, es ist auch kein so richtiges Sterbedrama für mich gewesen, ähm, ich fand halt wirklich, das war so ein Film über, über, über Einsamkeit, über diese, also Samira, die einfach einsam ist, die zwar irgendwann und dann jemanden mit Eric, zu dem wir dann gleich kommen, ich weiß, ich kündige ihn immer wieder an, dann findet und dann so zwei Einsame, die sich so fast schon anziehen und wie die zusammenfinden in dem Film ist ja, also man kann es jetzt böse sagen, das ist schon arg, arg zufällig, wie die zusammenkommen. Ja, ja, und er taucht ja förmlich aus dem Nichts aus, das ist ja wirklich so. Ja, Tatsache. Ähm, aber ich fand das, ich fand das schön, ich fand, ich war wirklich, ich bin immer noch baff, wie dieser Film mir über Menschlichkeit berechnet, denn wir alle kennen ja dieses Klischee und das hatte ja auch The Quiet Place 1 und 2 zur Genüge von, das wahre Bestie, die wahre Bestie ist der Mensch, ja, und The Quiet Place Tag 1, der lässt das sein, der, 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 der zelebriert Menschlichkeit und ich finde, das ist echt viel wert. Und das hat mir wirklich sehr gefallen, aber ich möchte jetzt auch mal wieder Chris zu Wort kommen lassen, weil ich bin mir nicht sicher, ob Chris diese Euphorie, die natürlich gut und richtig und die einzig wahre Meinung für den Film ist, teilt. Also das Problem hier ist der Titel, das Problem ist die Franchise-Marke, denn man würde diesen Film ganz anders wahrnehmen, wenn Sanoski was eigenes hätte machen können, mit einem ganz eigenen Setting und einer ganz eigenen Ausgangssituation. Denn man sieht halt deutlich, das ist immer so diese Krux, man engagiert einen Independent-Regisseur, der sich offensichtlich sehr für Figuren und menschliche Schicksale interessiert und der soll dann eben einem Blockbuster mehr Menschlichkeit verleihen, aber am Ende liefert er halt dann eben in erster Linie auf dieser menschlichen Basis ab. Und das Spektakel ist dann eher 0815. Und das hatte ich hier das Gefühl. Alle Monsterszenen hatten sowas Pflichtschuldiges. Und die waren routinierter runtergekurbelt als in den Vorgängerteilen. In den Vorgängerteilen gab es halt wirklich Szenen, da hast du nicht auf den Nägeln rumgekaut, da hast du dir schon die ganzen Finger abgebissen. Das, finde ich, gab es hier leider nicht. Die Monsterszenen waren solide inszeniert, aber nichts davon hat mich halt so geschockt oder mitgerissen wie in den ersten beiden. Ja, da muss ich halt sagen, ich finde der erste Teil, ja, der hatte schon ein paar Spannungsmomente, aber ich habe den auch nicht als so spannend wahrgenommen. Und beim zweiten, wie gesagt, blieb echt nichts hängen. Und ich gebe dir recht, diese Monsterszenen wirken immer ein bisschen Pflichtschuldig, aber ich finde, die sind solide umgesetzt. Sie spielen auch ganz nett mit dem Setting. Und ich meine, der Film geht, glaube ich, minus Abspann 95 Minuten. Das heißt, der hat auch keine wirklichen Längen. Ich fand das immer schon ganz nett umgesetzt. Also, es ist wirklich nicht die Kernkompetenz des Films, muss man ganz klar sagen. Aber ich finde auch nicht, dass diese Spektakelszenen jetzt den Film auch wirklich runterreißen. Aber ich frage mal den größten Spektakel unter uns, den Rino. Rino, wie schießt du dazu? Nee, das gehört auch mit zur Frage, die ich mir gestellt habe, bevor ich in dem Film bin, ist, was kann man jetzt noch erzählen? Und eine Option wäre halt gewesen, die Lore von diesen Monstern irgendwie nochmal anzureichern und aller Aliens nochmal mehr über die Viecher irgendwie preiszugeben und zu verraten. Und das macht er nur ganz klein bisschen. Also, man erfährt nicht. Also, wenn der Fokus die Viecher sein sollen, wenn ich mit der Erwartung in den Film gehe, jetzt irgendwie die Lücken in der Erzählung, was ja eigentlich der Titel Day One so ein bisschen verspricht, dass man mehr drüber erfährt, wie diese Invasion überhaupt abgelaufen ist und was es mit der auf sich hat. Und warum und woher und wie? Nein, das interessiert den Film nicht. Das macht er nicht. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich das eigentlich, ja, jetzt, wo ich ihn gesehen habe und weiß, dass es um die Menschlichkeit geht, finde ich das eigentlich eine sehr gute Entscheidung. Ich hätte es durchaus auch interessant gefunden, dass da ein bisschen diese Monster noch ein bisschen erweitert werden. Das ist nicht wirklich passiert. Und wie auch Chris schon meint, die sowas wie, dass dieses Szenario mit der Stille ist, finde ich, zwar nach wie vor sehr kompetent. Und man merkt dann erst ein bisschen später auch, wie wenig offener Dialog passieren kann in dem Sinne und wie wenig Musik genau. Also, das funktioniert nach wie vor. Das ist aber nichts, was wir in den Filmen davor nicht schon gesehen haben. Und es gibt nicht sowas. Also, was ich am ersten Teil ganz prägnant fand, zum Beispiel, ist diese Szene mit dem Nagel, den wir irgendwann im ersten Akt sehen. Und dann passiert, ich glaube, 20, 25 Minuten Film dazwischen, wo dieser Nagel nicht mehr vorkommt. Und dann kommt er wieder. Ja, Chekhovs Gun-Prinzip. Hervorragend umgesetzt. Chekhovs Nagel in der Treppe. Chekhovs Nail. So was hat er nicht. Und er hat auch sonst, der ist nicht irre kreativ jetzt, was diese stille Szenarien angeht. Der ist genauso. Und der macht auch, der macht nicht ganz so viel Bullshit mit dem, was macht jetzt Lärm und was nicht. Suspension of disbelief und Sachen, die Lärm machen, die machen Lärm, wenn es der Plot verlangt. Und wenn es, wenn er es nicht verlangt, dann nicht. Die Monster, die erwischen dich entweder auf der Stelle, wenn du Lärm machst, wenn gerade eins in der Nähe ist im Skript. Und wenn nicht, dann hast du, dann kannst du auch noch erstmal weglaufen. Das ist, da muss man so ein bisschen, dass auch in diesem Film das Gehirn an den Nagel hängen, wie das, wie das vorher der Fall ist. Das macht der Film auch nicht wahnsinnig viel. Ich finde ein bisschen viel besser als der zweite. Der war so, was, was das Level an Toleranz angeht, so ein bisschen das Maximum irgendwie. Ähm, ich finde, wir haben hier zum Beispiel die, die leiseste Katze der Welt auf jeden Fall, die, äh, die, die, die nicht miaut, wenn eine Dose Thunfisch, äh, vorgestellt wird, die morgens keinen Krach macht, wenn man noch nicht aufsteht und so weiter und so fort. Ähm, von daher, ja. Stoischere Katze als, äh, Qui-Gon Jinn. Aber du hast einen sehr guten Punkt erwähnt bezüglich der Herkunft der Monster, weil ich glaube, als, wie hießen diese beiden Typen, Scott Beck und irgendwas mit Woods, die die Drehbücher geschrieben haben vom ersten, vom zweiten, die haben sich da auch nie wirklich mehr Gedanken drüber gemacht, als diese Aliens sind Raubtiere, die eben auf laute Geräusche reagieren. Weil das wäre wirklich interessant zu sehen. Diese Aliens wirken ja nun mal nicht intelligent. Das sind pure Raubtiere, die nach Instinkt handeln. Wie zum Teufel reisen die durchs All? Wie kommen die auf die Erde? Und wo fängt die Reise von denen an? Und ich habe irgendwie das Gefühl, man lässt von diesen Details mit Absicht die Finger, weil man sich dann in irgendwas versteigen würde, was von der eigentlichen simplen Prämisse völlig ablenkt. Deswegen habe ich auch nicht das Gefühl, ganz egal, wie viele Einträge ins A Quiet Place Franchise wir noch sehen werden, da kommt niemals eine vollständige Erklärung, wer sind die eigentlich und wo kommen die her? Weil man möchte sich hier auf das Schocken und das menschliche Beschränken konzentrieren. Ich bräuchte das auch, glaube ich, gar nicht. Ich bin eh so ein Fan davon, auch wenn gerade Bedrohungsszenarien so ein gewisses Mysterium haben. Und von daher, also wenn man halt wirklich das erklärt haben möchte, dann, wie gesagt, dann ist das, glaube ich, das Franchise auch falsch. Weil egal, welche Erklärung du bringst, sie ist, glaube ich, nur enttäuschend. Ja, das wäre der Fall. Also da ist für mich ganz klar, lass es einfach so, wie es ist. Was ich aber auch sagen muss, und das ist so ein Knackpunkt, ich finde halt, also mich stört es nicht, dass der A Quiet Place Tag 1 heißt und mit dem, mit den beiden Filmen davor jetzt außer dem Titel und halt das, das Szenario oder den Einten jetzt nicht so viel gemeinsam hat. Was mich aber schon stört, ist, dass, jetzt kommt dieses Wort Pflicht schuldig, so Sachen drin sind, wie zum Beispiel, dass ein Jimin Hunsu, der im zweiten Teil halt mit dabei war, Anfang und Ende mal kurz vorbeischaut, was jetzt auch jetzt nicht so einen richtigen Mehrwert hat. Und ganz schlimm, finde ich, ist eine Szene, wo halt wirklich, das ist so der 2%, wo wir die Welt ausbauen, wo wir dann die Alien sehen, wie sie irgendwas machen auf einer Baustelle, das nie wieder aufgegriffen wird, das auch irgendwie Gefühle aus dem Nichts kommen, es wirkt so ein Reshoot-Dreh. Man weiß auch nicht, was genau die da machen, oder? Genau, genau. Und ich fand es halt schade, weil die Szene ist nicht lang und sie ist nicht furchtbar, aber sie ist halt total unbrauchbar, bremst den Film jetzt auch nicht so krass aus. Sie hat, sie hat zumindest einen ganz schönen Moment, wenn Joseph Quinder auf so einem Geländer rumschleicht und plötzlich dieses Alien da direkt vor ihm steht, wo man natürlich dann auch fragen muss, okay, wie geräuschempfindlich sind die denn? Denn wenn das Ohr von denen direkt wirklich 10 Zentimeter vor dir ist, müssten sie eigentlich dein Blut hören, deine Atmung, alles, ne? Aber gut, wie gesagt, was hast du gesagt? Dispension of Dispension of Disbelief. Dankeschön, ihr seid cleverer als ich, wir haben es wieder. Diese eine Szene hat mich wirklich gestört, weil ich mir dachte, die wirkt halt wirklich so, wir müssen jetzt irgendwas reinbringen, damit wir zumindest so ein Mühe drin haben, wo wir sagen können, ja guck mal, hier haben wir die Welt ja erweitert. Fand ich leider ziemlich unnütz. Auch hier nicht furchtbar, aber ich dachte mir echt so, das hätte es nicht gebraucht. Oder siehst du das anders, Chris? Nee, das war, wie wir ja auch selber in der PV gesagt haben, mit den anderen dort und jetzt hier auch, die Tatsache, dass überhaupt nicht ganz ersichtlich war, was die da eigentlich machen, was die da eigentlich fressen, machte das eben vollkommen unnütz, diese Szene. Aber ich habe halt in erster Linie ein Problem, dass man mit diesem New York City Setting, wenn man mal genau hinsieht, gar nicht so viel mehr anders macht, als in den beiden Vorgängern. Man hat halt andere Kulissen, wo sich die Figuren verstecken können, wo die Figuren rumschleichen können. Und dann wird hier mal einer gekatscht und da mal einer gekatscht und dann hast du eine Großaufnahme von dem brennenden New York und wie die Viecher über die Dächer hopsen. Aber ich hatte wirklich gedacht, als ich den Trailer sah und als der angekündigt wurde, jetzt verwandeln wir A Quiet Place in ein riesiges Blockbuster-Franchise, weil mit der Kulisse und dann hast du die Army, die anrückt und dann machst du da wirklich hier einen ganz großen Transformers-artigen Radau. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, so viel schraubt der die Action-Schiene gar nicht an und das ist wahrscheinlich dem Budget geschuldet. Aber dann denke ich mir halt auch, ja, wir verlegen jetzt das Setting woanders hin, weil dann wirkt es auf den ersten Blick anders. Aber ich finde dann nicht, dass sie aus der eigentlich neuen Kulisse dann so viel gemacht haben. Das stimmt schon, aber ich finde halt, also mich hat das nicht gestört, weil für mich halt eben die Figuren wichtiger waren. Ja, genau. Und letztlich, was willst du auch weiter noch machen? Ich meine, letztlich hast du immer das Gleiche. Es sind Aliens, wenn die was hören, stürmen sie drauf zu und cashen dich weg. Das ist ja nicht meine Aufgabe, mir das auszudenken, was man da noch Tolles machen kann. Ich meine, egal ob du jetzt auf dem Land bist, in der Stadt, in der Wüste oder in Alaska oder was ich, ich glaube, mehr Neues kriegst du nicht hin. Also von daher bin ich da gar nicht so böse und finde, ich finde tatsächlich fast schon mutig, was die da machen. Weil, wenn man sich die Werbekampagne anguckt von dem Film, der geht wirklich so, der wird beworben mit Spektakel. Das stimmt schon. Also da denkst du auch so, okay, boah, und jetzt geht es aber, das, was The Quiet Place Teil 2 am Anfang hatte, bekriegst du hier für zwei Stunden lang nonstop vor die Linse gehauen. Aber es ist ja gar nicht der Fall. Er hat, wie gesagt, er hat Spektakelszenen, sogar ein paar, finde ich, die ich okay finde, aber das hatten wir schon. Und finde es aber dann doch erstaunlich, dass ich wirklich das Gefühl hatte bei der Sichtung des Films, ich merke wirklich, dass es der Typ war, der hier Regie geführt hat, der vorher Picke gedreht hat. Und das fand ich famos. Das hat mir wirklich gefallen. Und ich kann den Kritik schon verstehen und auch nachvollziehen, aber ich frage mich halt ganz ernsthaft, was willst du denn sonst machen? Ich denke schon, vor allen Dingen mit der Gegenwehr, die am Anfang kommt. Du hast diese Helikopter, du hast die Jets, du hast ja die Armee, die anrückt und sagt, Evakuierung findet hier am Hafen statt und bitte alle zum Hafen gehen. Und du könntest wirklich zeigen, wie das Militär versucht, dagegen anzukämpfen und eine richtige Schlacht zwischen den Viechern und dem Militär. Du könntest sehr viel mehr Schaden anrichten. Ich meine, hier und da fliegt mal ein Auto durch die Luft oder irgendwas explodiert. Ja, aber da hättest du halt nur wieder so einen typischen Invasions-Blockraster, sowas wie Battlefield L.A. Ja, und dann öffnest du dich natürlich auch wieder einfach für Kritik von allen Seiten, wenn du jetzt irgendwie diesen Militärplan erklärst, den die hatten und der schiefgegangen ist. Und dann, warum haben sie nicht das gemacht? Ja, ja, sicher. Und warum haben sie nicht das gemacht? Davon sehen wir tatsächlich fast überhaupt gar nichts und das ist dann doch relativ schlau. Und ich wäre da auch viel, viel kritischer und harscher mit dem ganzen Drumherum, wenn halt nicht diese menschliche Kerngeschichte nicht so gut wäre. Ja, ich denke halt, es kommt immer wieder zum Vorschein, dass Krasinski zeitlich nicht damit einverstanden war, jetzt schon einen dritten Teil abzuliefern, weil er ja jetzt zuerst diesen If, Imaginary Friends, da machen wollte. Vielen Dank, John Krasinski. Okay. Aber ich weiß, der hat unglaublich starke Momente zwischen Eric und Sam und wie du gesagt hast, dass man hier Menschlichkeit hochhält und nicht die ganze Zeit nur zeigt, wie Leute zu Bestien werden, um ihre eigene Haut zu retten. Aber ja, es wirkt für mich nie, obwohl ich jetzt nicht unbedingt enttäuscht bin, wirkt es für mich nie wie ein stimmiges Ganzes, weil du halt eben diese Sache hier hast. Du hast einen Indie-Regisseur, der hat eine Vorliebe für das und der macht halt diese anderen Sachen dann dazu, weil es pflichtschuldig ist, weil es im Skript steht, weil das Studio es so haben will. Aber er kann das nicht wirklich so richtig perfekt rund miteinander mischen. Also der beste Vergleich, der mir irgendwie einfällt, ist Mark Webb und The Amazing Spider-Man, wo du merkst, das ist der Regisseur von 500 Days of Summer. So die Peter Parker-Gwen Stacy-Liebesgeschichte ist das Beste in dem Film. Alles andere ist halt so routiniert, wie es nur geht. Und hier, ja, jedes Mal, wenn die Monster wieder ankamen, dann kamen die Monster wieder. Wie gesagt, es war okay, aber es könnte so viel spannender und man könnte sich auch neue Setpieces ausdenken, anstatt immer nur schleichen, rennen, dann sind sie hinter einem. Vor allen Dingen eben auch, weil das Großstadt-Setting. Es gibt eine Stelle, wo ich denke, da nutzen sie wirklich das Setting und das Urbane, was die Atmosphäre und die Spannung betrifft. Wenn Eric und Sam dann da quasi in der U-Bahn sind und die ist halb unter Wasser und die Viecher können denen nichts anhaben im Wasser und dann kommen sie ja weiter und kommen an so eine Rolltreppe und auf einmal springt da eins von den Viechern runter und ist direkt auf der Rolltreppe vor denen. Das hatte was Klaustrophobisches, was schon Alien-artiges, also Ridley Scott oder James Cameron's Aliens und da hat man aus dem urbanen Setting wirklich was machen können. Aber ich finde einfach letzten Endes unterm Strich bleibt hier ungenutztes Potenzial, was die New York City Ebene angeht. Das sehe ich tatsächlich nicht so. Nee, gar nicht, weil für mich ist halt New York City auch allgemein als Hamburg-Schauplatz echt öde, gerade auch wenn es um Alien-Invasionen oder so geht, weil das hatte ich schon ein paar Mal. Ja, ja. Poliert. Das war für mich halt der Kristall. Wenn man das so sieht, ist das eine Krone, die ein paar Flecken hat, aber dieser eine Kristall war halt so hell leuchtend, ich bin ein richtiger Poetner, dass ich mir diese Krone wirklich gerne aufgesetzt habe. Und ich bin absolut okay damit, dass der Film wirklich hier und da vielleicht stilistisch ein paar Holprigkeiten drin hat, aber die sind mir nicht so massiv aufgefallen. Ich habe das so ein bisschen gemerkt auf dem Weg zum Abspann, aber letztlich fallen die für mich einmal nicht so richtig ins Gewicht. Und ich gucke mir lieber halt sowas an, mit ein paar Holprigkeiten, aber mit einem, wie soll ich sagen, einem wild pochenden, schlagenden Herzen als wieder irgendwas, ja, so business as usual. Und ich kann mir echt vorstellen, dass dieser Film auch die Leute spalten wird, weil, muss man sagen, wenn du halt Fan der Vorgänger bist, wäre ich glaube ich auch ziemlich angepisst, wenn diese Geschichte nicht weiter fortgesetzt wird und mir jetzt wieder erzählt wird, wie es am ersten Tag war, ohne dass auch nur ein bisschen was Neues dazu gekommen ist. Also was jetzt die Welt angeht und die Erklärung der Aliens. Aber ich für meinen Teil, wie gesagt, ich war da hin und weg. Rino, du wolltest was sagen. Ja, ich fand, wo wir bei dieser Tunnelszene zum Beispiel waren, da ist mir auch aufgefallen, wie sie wirklich auch nochmal versucht haben, aus diesen Aliens so ein bisschen das Größe nochmal rauszuholen, was geht. Die haben hier so eine sehr wuchtige Inszenierung bekommen. Die sind fühlbar schwer irgendwie und dadurch, dass sie so gepanzert sind, haben die ein Gewicht und dann macht auch Sinn, dass sie sofort untergehen, wenn die versuchen zu schwimmen oder auch sofort ersaufen, weil die wahrscheinlich, keine Ahnung, a la Science, nicht wissen, was Wasser ist. Und dann direkt einatmen und ersticken, weil ich finde an der Franchise, an und für sich, an der Quiet Place Sees, sieht man auch nochmal so ein bisschen, wie schwer es ist, ein ikonisch gutes Monster zu designen, weil das Monster-Design selber finde ich jetzt nicht wahnsinnig eindrücklich geil, muss ich sagen. Das sind halt so graue Humanoide, wo man so ein bisschen an den Proportionen geschraubt hat und dann klappt da dieser Tanzhapfenkopf so ein bisschen auf und das war's dann, aber es ist jetzt halt nix, nix, was richtig mega hängen bleibt vom Design her und gerade, wenn man diese Luftaufnahmen sieht. Das Design ist scheiße, sag, wie es ist. Nein, scheiße ist es nicht, aber es ist schwer, es ist einfach unendlich schwer, ein ikonisch gutes Monster zu machen. Das letzte ikonisch gute Monster in dem Sinne war halt Alien und das ist so unglaublich schwierig zu toppen und das schafft auch diese Franchise nicht im Ansatz, aber sie versuchen dann irgendwie zumindest doch diese Inszenierung und das Spezielle, was diese Monster haben. Auch wenn ich das absurd finde, dass Monster, die auf Gehör ausgedingt sind, halt keine sichtbaren Ohren haben oder so, sondern halt dann diesen Tanzhapfen ausklappen müssen, man sieht zwar dieses, sie haben es dann selber gemerkt und hier, wir müssen diese Ohrmuschel irgendwie noch zeigen und so, aber Sinn macht das halt auch hinten und vorne nicht. Wie auch das ganze Konzept einfach konsequent durchzuziehen, im Prinzip unmöglich ist und wenn man es genau umnimmt, scheitert jeder von den drei Filmen da dran, auch dieser hier, aber bei dem hier macht es mir am wenigsten aus von allen drei, glaube ich. Lassen Sie gleich nur noch über zwei Punkte reden, die wir jetzt schon... Über Eric, wir haben noch nicht über Eric... Und die Katze, das sind jetzt Eric und dann die Katze. Genau. Joseph Quinn, den wir vielleicht noch kennen aus Stranger Things, da hat er Eddie gespielt, der dieses Metallica-Solo da in der Unterwelt, wie über das Ding heißt, abgeliefert hat, spielt Eric und ich sagte ja schon gerade eben, er taucht halt wortwörtlich einfach mal eben so in der Handlung auf. Ähm, und ich dachte am Anfang so, was soll mir diese Figur sagen, aber, und jetzt, wir werden mich eigentlich für voll nehmen, aber ich finde einfach, Joseph Quinn hat so unglaublich tolle, traurige Augen. Das ist mir echt irgendwann egal, der hätte, der hätte gar nichts sagen müssen und sie sagen ja auch wirklich lange Zeit wirklich wenig, ja. Ja, ja. Aber alleine wie er Samira so hinterher trottet zu Beginn ihrer gemeinsamen Odyssee, die übrigens sehr spät erst ansetzt, diese gemeinsame Zeit, also zumindest von meinem Gefühlskompass, ja. Ähm, ich, ich weiß nicht warum, aber es ging mir echt zu Herzen, wenn er so hinter ihr her trottet und, ähm, wie ich schon sagte, für mich hat sich das Bild ergeben, das sind so zwei einsame Seelen, die sich so ein bisschen anziehen. Ähm, also, weil, äh, hier, ich glaube, war es Oldboy, wo es ja auch so geht, dass es so ist, dass einsame Menschen sich immer gegenseitig anziehen. Und das, das Gefühl hatte ich jetzt hier auch. Ist natürlich ein bisschen arg überheblich jetzt ausgedrückt und vermutlich war es einfach nur, wir müssen die irgendwie zusammenbringen, machen was einfach so gut ist. Aber ich fand's schön. Ich muss sagen, dass diese Paarung Eric und Samira, ähm, die ging mir zu Herzen, die hatte auch für mich eine gewisse Dynamik und, äh, hab denen einfach gerne zugeschaut. Also, ich kann's jetzt auch nicht besser beschreiben, aber ich fand's einfach toll, denen dabei zuzusehen, wie die durch dieses verstaubte und stille New York strömen und halt eben alle 20 Minuten mal vor diesen komischen Viechern weglaufen müssen. Ja, die Kombination war halt sehr nett. Weil es wäre das Einfachste auf der Welt zu geben, Sam einfach auch so einen coolen Typen an die Seite zu stellen, der Sprüche klopft, der kämpfen kann, der ein Überlebenskünstler ist und dann hast du da natürlich auch sofort sexuelle Spannung zwischen denen. Das wäre das Offensichtliche und das haben sie zum Glück nicht gemacht, dass sie da ihr so einen traurig aussehenden Schluffi an die Seite stellen. Ja, meine Eltern wollten, dass ich Jura studiere. Es war so ein bisschen das, was man jetzt nicht erwartet hätte. Und auch Joseph Quinn, wirklich toll in der Rolle. Diese Rolle ist ja mal das komplette Gegenteil von seinem großen Durchbruch als Eddie in Stranger Things. Das hat er wirklich toll gemacht. Und ja, wie du es selber auch gesagt hast, die Paarung zwischen den beiden, da findet der Film zu einer Tiefe, die ich ihm nicht absprechen kann und zu einer Tiefe, die auch die beiden Vorgänger nicht hatten. Das muss ich ihm zugestehen. Halt dieses, Sam hat sich selber schon aufgegeben und will nur diese eine simple Sache, ihre Lieblingspizza in Harlem essen, weil es eine persönliche Verbindung hat. Es geht nicht einfach nur um Pizza zu essen, das wäre jetzt ziemlich dämlich, so viel kann ich schon mal verraten. Dann hast du auch nie gute Pizza. Genau. Und ja, ich habe schon lange keine wirklich gute Pizza mehr gehabt, aber das ist was anderes. Fehlt mir wirklich momentan. Aber die Tatsache, dass Eddie sich einfach ihr anschließt und er nach und nach dafür sorgt, dass bei ihr einfach die Mauern fallen und das Abwerte abfällt und sie sich ihm öffnet und er auch in der Lage ist, sie wieder zum Lachen zu bringen in dieser Situation und ihr zeigt hier, es gibt tatsächlich noch Schönes. Das waren ganz, ganz starke Momente. Die habe ich so auch im Vorfeld nicht kommen sehen. Ja, auch seine, ich fand seine, die Angst in seinen Augen am Anfang und diese, diese Orientierungslosigkeit, die er hat und diese Verlassenheit fand ich wahnsinnig gut gespielt von ihm und habe ich ihm komplett abgekauft. Und dann später halt auch diese Verletzlichkeit, die er hat und der Kontrast dazu zu ihr, die eben keine klassische Motivation hat, um zu überleben. Und er möchte das ja, aber er sagt ja, er will hier nicht sterben und trotz, trotz dessen bleibt er lieber bei ihr, die, die keine, keine Zukunft hat, als, als dass er alleine sich irgendwie zu dieser Evakuierung begibt. Und das fand ich halt, auf der einen Seite ist das natürlich irgendwo irrational, aber auch zutiefst menschlich und verständlich. Und das, diese Dynamik war, war echt stark und einfach auch wirklich gut schauspielerisch umgesetzt. Ich glaube, das hätte, hätte auch echt schief gehen können und wenn das nicht klappt, dann fällt es, fällt es echt alles in sich zusammen und, und ich fand, das hat wunderbar funktioniert. Ja, also ich war auch baff, als der Film dann aussah und der Abspann setzte ein und ich hatte so noch dieses, dieses berauschende Gefühl von dieser tiefergehenden Beziehung, die die beiden da haben. Und dann steht er, produced by Michael Bay, ich dachte, das habe ich auch nicht erlebt. Ja. Ja, über Michael Bay habe ich mich auch gewundert, tatsächlich. Ja, gut. Er hat es ja mit seiner Produktionsfirma Platinum & Dunes produziert, die ja wirklich, vor allem durch so Horrorfilm-Remacks wie von Elm Street und Final 13 halt so Kohle gemacht haben, aber dann eben auch sowas wie halt eben Quiet Place dann produziert haben, damit ja auch ordentlich Erfolg gehabt haben. Ein paar fliegende Autos und, und explodierende Sachen und laute Jumpscares und so weiter gab es ja dann, das hat das dann auch. Also das muss man sagen, es gibt glaube ich ein, zwei Jumpscares, aber nicht so wild, das ist jetzt kein Conjuring-Franchise, da müssen wir keine Angst haben. Was auch vielleicht gesagt werden soll, wir haben es schon erwähnt, aber auch hier, wenn ihr diesen Film im Kino guckt, bitte kauft kein Popcorn oder Chips oder sonst was. Der Film ist wirklich leise. Also wenn da nicht Spektakel ist, ist der wirklich leise. Das wurde ja dem ersten Teil immer so ein bisschen vorgehalten, dass er so bei stillen Momenten trotzdem immer so auf diesen Soundtrack gesetzt hat, von glaube ich Marco Brambila, wie er heißt. Marco Beltrami. Beltrami, vielen Dank, das war's. Stimmt, Marco Brambila war der Regisseur von Devolution, das wäre jetzt auch komisch gewesen. Gut, ähm. Ja, wie ist das bei euch, wie ist das bei euch? Benutzen die Kinos auch noch Required Place als den Bitte leise sein im Kino-Dings vor dem Film? Weil unser Kino macht das noch. Echt? Okay, nee, das nicht. Noch nie gesehen. Unser Kino, je nachdem immer welcher Film gerade ist. Wobei jetzt aktuell ist ja Wolverine 3, äh, Quatsch, Deadpool 3, der hat ja so einen Anti-Handy-Clip. Meines meiner Stammkinos in Köln hat sogar einen eigenen Werbespot gedreht, weil die so ein Hauskino, eine Hauskarte haben. Und dann gibt's so einen Spot, wo der Karte dann kommt und jemandem das Handy so aus der, aus der, aus der. Ah, okay, guck mal. Das ist eine wunderbare Überleitung. Wir in Hamburg haben tatsächlich noch, zumindest im Savoy, in den Ketten glaube ich noch nicht, aber ich war ewig nicht mehr im Cinemax oder so, ist seit dem ersten Quiet Place, gibt's immer noch die Make This Cinema A Quiet Place. Und sogar noch jetzt erweitert seit einem Jahr oder so, um ein paar Szenen im Kino, wo dann der junge Herr, der sich zu laut das Popcorn reinzieht, dann von einem Monster gefressen wird. Und das wird immer noch, immer noch genutzt, wie sie auch noch den, äh, hier, äh, Alfred Hitchcock auch noch zeigen. Ja, wollte ich gerade sagen, das kann ich topfen. Programmkinos bei uns in Düsseldorf zeigen seit 14 Jahren diesen Spot aus diesem Anthony Hopkins Alfred Hitchcock-Film. Den haben wir auch noch. Please silence your mobile phones. Ja, den sehe ich seit zwölf Jahren, immer und immer wieder. Ja, okay, krass, Wahnsinn, also, bitte, dass es wirklich war, wenn der Film keine Action hat und er hat, hat zwar Action, aber nicht so viel, ist er wirklich sehr, sehr ruhig. Also wirklich, ihr werdet alles hören, deswegen bitte kauft euch kein Popcorn. Ist zwar schade für die Kinos, weil die damit auch viel Geld machen, das verdienen sie auch, aber hier vielleicht, kauft euch Eiskonfekt. Das könnt ihr kennen. Oder überlebt mal 100 Minuten nicht, um, überlebt mal 100 Minuten im Kino, ohne euch irgendwas reinschaufeln zu müssen, herrje, trinkt was und gut ist. Oder wartet den Blitz ab und dann eine Sekunde später kann man essen. Ja, ich habe jetzt noch zwei Punkte, äh, auf, auf meiner Liste, ähm, und zwar kommen wir jetzt erstmal zur, endlich doch Katze, äh, kommen wir mal zu Frodo. Ja, bitte. Äh, ich habe es nicht ganz ausgehalten in den Abspann, weil ich aufs Klo musste, aber ich wollte halt wirklich wilzen bleiben, bis dieses obligatorische, während des Drehs des Films kam, kein Tier zu schaden. Weil es gab halt wirklich Szenen, wo ich dachte, also entweder ist das die bestaussehendste CGI-Katze, die ich je gesehen habe, oder aber das ist eine Katze, die könnte vielleicht nächstes Jahr den Stunt-Oscar bekommen. Ich hoffe auf den Oscar für die Katze, beziehungsweise die beiden Katzen, es sind zwei Katzen, die Frodo spielen. Oh, okay, also jemand hat das schon informiert. Nee, das habe ich dann im Abspann gesehen, ich hab den, äh, wurden keine Tiere, äh, äh, geharmt und so, hab ich, da hab ich nicht drauf geachtet, da sind wir ein bisschen vorher raus, äh, aber ich hab natürlich noch geguckt, wie die Katzen heißen, die ihn gespielt haben, und das sind Nico und Schnitzel. Nico und Schnitzel. Das war ja auch eine ganze Katzenblätter aus, irgendwie an, an den, äh, an den Straßenlaternen und so weiter. Also diese Katze war, war was ganz anderes. Ja, also kurz zur Erklärung. Sam hat halt diese Katze bei sich, also schon im Hospiz. Da gibt es auch einen Fachausdruck für. Es gibt ja sowas wie auch für Hunde, so Begleitungshunde der nächste Mal. Und das gibt es auch mit Katzen, die auch wohl wirklich dafür geschult sind. Und anscheinend gibt es dafür auch Rasse Katzen, die für diesen Job auch besser geeignet sind als andere. Aber ich habe in meinem Leben schon mit sehr vielen Katzen zu tun gehabt. Mit ganz, ganz lieben bis ganz, ganz streitbaren Katzen. Keine einzige hätte das gemacht, was diese Katzen in diesem Film macht. Wie zum Beispiel Tauchen. Also mit dem Frauchen Tauchen. Und ruhig sein dabei. Da haben wir auch einen Pick. Weil da ist es ja, dass Nicolas Cage seinen Begleiter dieses Tier halt wiederhaben will. Auch natürlich aus immunitären Gründen. Aber es ist ihm ja auch wichtig. Und ich will nicht sagen, dass es so ein roter Faden ist, der sich durch die Filmografie von Michael Sanofsky zieht. Weil, wie gesagt, er hatte zwei Filme auf seiner Uhr. Aber ich fand es schon ganz interessant, wie auch wichtig ihm die Katze ist. Man muss natürlich dann auch ein paar Sachen schlucken, wie zum Beispiel, dass sie einfach mal weggeht, weil da gerade typischerweise halt diese Eric auftaucht. Wie gesagt, wortwörtlich auftaucht. Und ihn dann zu Samira bringt. Aber geschenkt. Es war, also, ich muss sagen, wenn ihr auf süße Katzen steht, dann, ja, doch, der Film könnte für euch was sagen. Kann man ohne Probleme einfach eine Katze in einem Film unterbringen. Und man weiß, man hat sofort Sympathien auf seiner Seite. Man kann die Katze auch nicht in irgendeiner Weise negativ darstellen. Weil Katzen regieren nach wie vor die Welt. Funktioniert. Ja. Die Katze, ich hatte ein bisschen Sorge, dass die Katze das neue Baby in der Kiste ist, ne, mit dem Laut und so. Aber, äh, nee, auch das nicht. Also, die, die ist dabei, die ist ruhig, die kümmert sich um ihren eigenen Scheiß. Ähm, ganz, ich finde die, ich finde die Katze ganz großartig in diesem Film. Ja. Das erinnert mich so ein bisschen an diese, an diesen britischen Film, der auf so, auf einer wahren Geschichte beruht, auf diesen Straßenmusikern, der diesen roten Kater bei sich trägt, diesen Bob. Hm. Weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Ja, ich glaube, da gibt es auch Bücher von. Ja, ja, genau. Mehrere Bücher auch, ja. Aber wie gesagt, ich, 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 normalerweise bin ich ja jemand, der sowas nicht mag. Weißt du, wenn so, so ein Tier noch dabei ist, am besten noch eins, was irgendwie süß ist. Aber hier hat es mich nicht gestört. Ich hatte, ich hatte auch so das Gefühl, es passt auch. Weil es auch, es gab auch so Momente, wo ich auch, äh, mit Samira mitgelitten habe. Und es dann auch eine Wohltat war, wenn dieses Katze, die Katze dann ankam und mich einfach geschmust hat. Ja, das ist, ne? Ja, das ist die Pucci, äh, der, der Pucci-Effekt hatte das bei mir. Wenn die Katze nicht im Bild ist, sollen sich alle fragen, wo ist die Katze? Und das war wirklich so. Ja, es ist, es war halt auch, ähm, wo ist Pucci? Es war halt auch, äh, Pucci ist zurück auf seinen Heimatplaneten geflogen und da kommt die Aliens her, da hast du deine Verbindung. Wahrscheinlich. Ja. Wow, ja, stimmt. Stimmt, stimmt. Ja, wir haben's gelöst. Ja, wunderbar, wir haben's gelöst. Ich glaube halt, äh, die Katze war auch in erster Linie dafür da, um Sam sympathisch zu machen, weil du hast ja am Anfang eben gesehen, sie ist nicht gerade ein sehr umgänglicher sozialer Mensch, aber sie hat eine Katze, die sie leidenschaftlich liebt und auch immer wieder in ihre Arme schließt. Und das war halt dann auch so ein bisschen, ne, gebt ihr irgendwas, was sie sympathisch machen kann, weil es dauert eine Weile, bis sie halt Eric trifft und sie dann dadurch für den Zuschauer sympathisch wird. Ja, ja, nach dem, nach dem Shit, ähm, Gedicht wusste ich erst auch nicht so recht, okay. Okay, aber ich finde halt, also, ich finde die gut irgendwie, aber ist die sympathisch? Ehrlich, sie geben ihr ja auch einen triftigen Grund, warum sie angepisst ist, ne? Natürlich. Es ist ja nicht so, dass sie einfach so wie so ein Teenager da sitzt, sagt, alles ist scheiße, weil es ist halt alles scheiße, sie hat ja wirklich eine Motivation dazu, ne? Ja, absolut. Aber ja, die Katze macht es schon einfach, aber ich komme halt wieder darauf zurück, dass sie halt eben durch dieses Hospiz und ihre, ja, ihr Todesurteil einfach so oder so schon eine echt spannende Figur ist für dieses Setting vor allem. Ja, und die Katze muss halt nie für irgendwelche klischeehaften und billigen Bait-Szenen herhalten, im ganzen Film nicht tatsächlich. Und das ist halt, das ist auch super. Eine Sache habe ich mir noch aufgeschrieben, über die wir jetzt noch kurz reden können, wir hatten es auch hier und da schon mal angesprochen, und zwar einen Kritikpunkt, den die beiden Vorgänger sich immer wieder ausgesetzt sahen, ein Kritikpunkt, der, also pass auf, es geht um Logik. Oh nein, oh nein. Und ich bin wirklich kein großer Logik-Fetischist. Ich muss aber auch sagen, wenn mich ein Film bekommt, wenn er mich mitreißt, dann schlucke ich so ziemlich alles, ja? Also vom Klassiker bei irgendwelchen Horrorfilmen, warum läuft die Treppe hoch, stand raus, ja? Bis hin halt eben zu, wie fokussiert das Gehör von diesen Viechern? Oder im ersten Teil, wo man auch gesagt hat, also ist keiner vorher gekommen, das mit irgendwie so Hochschallfrequenzen zu versuchen, wenn die so geräuschempfindlich sind? Also, okay, der Nagel Teil 1 ist wirklich krass, muss man ganz ehrlich sagen, ne? Genauso wie die Frage, wenn man in dieser Welt lebt, ist es so clever, schwanger zu werden? Aber worauf ich hinaus will, die Reihe, die wird sich halt seit dem Start immer wieder konfrontiert mit ihren Verfehlungen, nenn ich es mal, in Sachen Logik. Hattet ihr das Gefühl, dass The Quiet Place Tag 1 es den Logik-Fetischisten einfacher macht? Oder glaubt ihr, dass die jetzt auch wieder im Kino sitzen, werden mit ihrer Kladde und Strichliste führen können? Weil das ist unrealistisch, das macht keinen Sinn. Chris, wie siehst du es? Da ist, glaube ich, das Setting tatsächlich eine Hilfe. Weil, was wir ja auch niemals mit Bestimmtheit wissen, ist, wie viele sind es eigentlich? Wenn es nur ein paar sind, dann war es in den ersten beiden Teilen einfach. Wenn da zum Beispiel, wie im ersten Teil, ein alter Mann im Wald steht und anfängt zu brüllen und der wird sofort geschnappt. Oder der Junge, der halt dieses Spielzeug einschaltet und wird sofort geschnappt. Weil das ist dann überschaubar im Mittleren Westen. Äh, USA. Das ist schon vernünftig, dass die da in ihrer Wohnung sitzen können. Und nur weil die jetzt ein bisschen miteinander reden, kommt nicht sofort eins dieser Viecher durch die Tür gebrettert. Die können einfach nicht überall sein, egal wie viele es sind. Also hat mich die Präsenz der Aliens dieses Mal, da hatte ich mit der Logik weniger Probleme. Aber ganz kurz, stell dich mal bitte vor, man taucht das einfach. Man geht einfach jetzt die, was ich, lass es mal, tausend Aliens in New York und setzt die in den Mittleren Westen und tut die zwei Aliens einfach nach New York. Finde ich lustig. Da könnte, glaube ich, John Krasinski einmal kurz niesen und alle wären tot. Ja, oh ja. Das wäre heftig, wirklich, wenn du das verdreifachen würdest. Reno, bist du unser kleiner Logik-Fetischist heute in der Runde? Nee, ich finde, man muss genau die gleichen Hirnwindungen ausschalten wie bei den anderen Filmen. Also, aber er versucht es auch gar nicht. Also, ich glaube, das ist jetzt etabliert, dass diese Gehörgeschichte, die funktioniert immer genau so, wie es der Film gerade braucht. Und das ist auch hier der Fall. Da sind Sachen, wo man denkt, das müssten die Viecher jetzt aber hören. Aber weil alle so tun, als wären sie leise. Zum Beispiel, wenn hunderte von Leuten die Straße in New York runterschleichen, auch wenn jeder Einzelne leise ist, in der gesamten Ballung hört das ein hörempfindliches Wesen einfach, bevor sie es im Film tun. Und andere Sachen, dann Kleinigkeiten, die werden dann sofort gehört und einfache Lösungen für die Sachen, wie dann eben, red halt bei einer Lärmquelle oder trigger halt irgendwo anders eine Mega-Lärmquelle, damit die alle dahin rennen. Und dann hasse es im Prinzip, dass es, das funktioniert hier genauso wie den anderen Filmen. Und wenn man sich da über die Logik aufgeregt hat, dass das überhaupt nicht realistisch ist und so nicht funktioniert, das tut es auch hier nicht. Ich finde, bei Film Nummer drei muss man das einfach, das musst du abgeben am Eingang. Das ist auch hier nicht besser. Ich muss sagen, ich finde halt schon, also klar, der hat garantiert wieder irgendwelche Ungereimtheiten, die mir nicht bewusst sind, die mir nicht aufgefallen sind. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass er jetzt nicht so, ich glaube, die Strichliste wird nicht so lang werden wie bei dem Teil 1, Teil 2. Ich finde, da gibt es auch recht, das Setting ist da auch schon sehr nachgiebig, was das angeht. Natürlich, in der Großstadt ist das wieder ein bisschen anders. Es wird jetzt aber auch nicht zu extrem der Fokus drauf gelegt. Nein, also wie gesagt, wenn du was finden willst, wirst du was finden. Oh ja. Das ist gar kein Problem. Ich fand aber das ganz schön, was du gesagt hast, dass diese Menschen, weil es gibt ja eine Szene, wo die Überlebenden eine ganze Menge so nach und nach zum Hafen gehen. Ja, und sie machen es halt leise und dann siehst du halt Samira, wie sie aber in die entgegengesetzte Richtung geht, weil sie halt zu dieser Pizza möchte, aus einem bestimmten Grund, den wir jetzt hier nicht verraten brauchen. Das ist einfach ein tolles Bild, weil ich mir dachte, okay, jetzt macht der für so ein bisschen das Fass auf, eigentlich ist man alleine besser dran, aber dann am Ende kommt man draus, nee, man ist nicht alleine besser dran. Aber das Bild war einfach toll, wie sie so entgegengesetzt zu der Menschen. Ja, das symbolisiert ja auch ihren Charakter ganz fantastisch, wie sie als Einzige gegen den kompletten Strom dann geht. Sowieso muss ich sagen, der Film hat allgemein echt ein paar richtig schöne Bilder, auch die letzte Szene, die ich jetzt hier nicht verraten möchte, fand ich auch richtig toll. Und ich muss auch sagen, ja, hier und da hatte ich schon das Gefühl, ich erkenne den CGI-Hintergrund, aber alles in allem fand ich den für einen Film in diesem Budgetbereich doch sehr gut aussehen und auch gut geträgt. So seht ihr das anders. Nein, das sah gut aus, das sah wirklich gut aus. Vor allen Dingen die White Shots, die ich schon erwähnt habe, die Sanofsky benutzt. Du hast eine Stelle halt, da siehst du halt dann aus so einer Drohnenvogelperspektive, wie viele von den Aliens, genau, da hast du diese Szene, da kommen Helikopter über die Stadt geflogen und die Aliens springen alle auf die Dächer und versuchen, den irgendwie hinterher zu jagen. Da, das sah lupenrein aus. Ich nehme mal an, ohne es zu wissen, dass dieser Teil jetzt wohl auch das höchste Budget von allen dreien hatte. Also würde mich wundern, wenn es nicht der Fall wäre. Eigentlich müsste es schon so sein, weil allein durch das Setting und es ist ja auch von allen drei Filmen schon der krawalligste, ist jetzt falsch, aber der mit dem meisten Spektakel. Ich meine, Teil zwei hatte schon einiges, aber das war ja doch dann kleingefasst, bis auf den Anfang. Ich meine, selbst der Anfang war ja diese Kleinstadt und kein Vergleich zu New York. Das stimmt schon. Ja, ich glaube, der hat ... Der Erste hatte ja ein spektakulär niedriges Budget dafür, wie der aussah so weit. Ich weiß, und beim zweiten weiß ich es überhaupt nicht und der jetzt ist, ich weiß es auch, so 100 Millionen oder so, ich weiß es nicht. Also, ich weiß nur, es wurde berichtet, dass der Film für den Break-Even, also dass er plus minus null hat, bräuchte er wohl, ja, so um die 200, 250 Millionen, also hat er wahrscheinlich so um seine 100 Millionen. Ja, das ist realistisch, eingeschätzt, ja. Ja, gut. Ihr Lieben, habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt, außer euer Fazit, weil ich habe nichts mehr auf meiner langen Liste? Nein, was war's? Nee, ich glaube, ich habe auch alles zur Sprache gebracht, was mir wichtig war heute. Okay, dann ist jetzt Fazit-Zeit. Und wer fängt an? Wollen wir jetzt mal anfangen, so vom kritischsten zum unkritischsten? Da würde ich nämlich sagen, dass Chris mal anfängt. Dann nimmt das ein schönes, rundes, positives Ende. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, so unglaublich kritisch bin ich ja gar nicht. Also sagen wir mal so. Buh, Chris. Beschmeißt ihn. So unglaublich kritisch bin ich ja gar nicht. Also sagen wir mal so. Wegen diesem Film will ich zwei Dinge. A, ich will mehr Filme von Michael Sanoski, die auch hundertprozentig einfach seine Filme sind. Also reinrassige Michael-Sanoski-Filme, wo er machen kann, was er möchte. Weil der Mann hat wirklich ein Händchen dafür, Figuren zu erschaffen, für die man sich erwärmen kann und einem sehr viel zu erzählen über menschliche Schicksale. Das kann er gut. Davon will ich mehr. Und was diese Reihe anbelangt, will ich einfach diesen dritten Teil haben, der da weitermacht, wo wir aufgehört haben. Mit Cillian Murphy und der kleinen Tochter in dieser Radiostation mit Emily Blunt und dem Sohn in diesem Bunker. Weil ich warte darauf, weil die ersten beiden Teile machen mir wirklich nach wie vor unglaublichen Spaß. Letzten Endes fand ich sie vom Unterhaltungswert besser als diesen hier. Aber dieser hier hat halt andere Stärken. Er ist halt anders. Und wie es du schon gesagt hast, das könnte A Quiet Place Fans verärgern oder ein bisschen verunsichern, dass sie nicht genau wissen, was wollte ich mit dem Ding hier eigentlich anfangen. Es ist ein interessanter Hybrid zwischen einem stillen Drama und eben diesem High-Konzept der ersten beiden Filme, der für mich nicht zu 100 Prozent, aber sagen wir mal zu 80 bis 90 Prozent geglückt ist. Für einfach eine gute Geschichte und für eine gute Endzeitgeschichte und auch für Fans der ersten beiden Teile würde ich aber auch sagen, ja, schaut ihn euch an. Dankeschön. Ich dränge mich mal vor, damit der Reno jetzt Druck auf der Ferse hat, damit er glaubt, dass er jetzt wirklich richtig ein tolles Fazit abliefern muss zum Schluss. Und sage einfach, ey, ich sagte schon, ich habe nichts erwartet so richtig. Ich habe mich auf einen echt großen Flop eingestellt. Aber nee, der hat mich wirklich überzeugen können. Ist der komplett gelungen? Nee, der hat seine Makel. Hauptsächlich auch deswegen, weil sie halt eben dann doch versuchen, ihn nochmal ganz deutlich als zugehörig zum Day, äh, hier, Day, nicht Day One, Quiet Place Franchise zu positionieren. Das wäre gar nicht nötig gewesen. Das ist ein Film, der so viel, also klar erzählt er so eine Überlebensgeschichte in einer Welt voller Monster. Das macht er ordentlich. Aber für mich war es letztlich eine Odyssee von zwei einsamen Figuren, die nach und nach so zusammenfinden. Und das ging mir wirklich zu Herzen. Es war ein Film über Menschlichkeit, äh, der eigentlich sehr simpel ist. Und das soll jetzt keine Kritik sein. Er ist einfach nicht besonders komplex, aber, aber er funktioniert für mich. Ich kam da raus, äh, er hat mich wirklich bewegt und, äh, ich habe damit nicht gerechnet, äh, für mich. Ich möchte nicht sagen, eines der Jahreshighlights, äh, weil das Jahr ist noch nicht rum. Aber im Kontext dazu, wie wenig ich erwartet habe, bin ich wirklich, und ich meine das ernst, wirklich baff. Wie ausgezeichnet gut, der mir gefallen hat. Reno, bitte. Also, ich weiß quasi aus eigener Erfahrung, dass nicht alle den Film super gut finden. Und ich kann mir vorstellen, zwinger, zwinger, dass es Leute gibt, äh, die den gähnend langweilig finden. Äh, ich glaube, das steht und fällt mit den Figuren, wenn man sich auf die einlassen kann und, und damit klarkommt, dass es wirklich mehr um, 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 um die beiden geht und weniger um dieses, äh, Monster-Alien-Invasions-Spektakel. Ich glaube, wenn man die Connection findet zu den Leuten und der Katze, dann funktioniert dieser Film sehr, sehr gut. Und mir persönlich hat er auch echt gut gefallen, ähm, der hat genau die gleichen Schwächen wie die anderen Filme, was die Logik angeht. Das macht er kein Deut besser, wenn man jetzt erwartet, dass er auch irgendwie kreativ mit den Monstern nochmal irgendwie was Verrücktes anfängt, was man bisher noch nicht gesehen hat oder so. Das macht er nicht. Ähm, von daher, Erwartungshaltungen halt, wenn man die so ein bisschen in die richtige Richtung schraubt, ich glaube, dann kann man doch wirklich viel Freude an diesem Film haben. Ähm, ich würde sagen, ne, ne Kino-Ansicht auf jeden Fall wert, äh, aber, aber, ach, ich weiß nicht, nee, ich sag auch, der, der ist gut. Ich weiß, es wird nicht allen so gehen, aber, aber, ich, ich fand den auch, vor allem jetzt für ein dritte, dritte Runde Prequel, ähm, viel besser, als er eigentlich hätte sein müssen. Vielen Dank. Ich hoffe, dass ihr da draußen diese Besprechung auch viel besser fandet, als sie sein sollte. Äh, wenn ja, dann hatten wir Erfolg. Yeah. Ja, das sind ja tolle Aussichten. Ja, äh, ja, vielen Dank, aber trotzdem, also, vielen Dank, dass ihr hier zugehört habt. Denkt dran, TeleStammtisch gibt es überall, wo es Podcast-Likes und Kommentare gibt, könnt ihr alles hinterlassen, außer euren eigenen Podcasts, da müsst ihr euch schon selbst eine Plattform besuchen, sorry. Ähm, außerdem haben wir eine Webseite, tele-stammtisch.de, außerdem sind wir auf Discord und haben einen richtig sexy Community-Server, da könnt ihr ja gerne beitreten und dann Chris, Rino oder mir sagen, wie falsch oder wie richtig wir liegen mit unseren Meinungen, einfach tele-stammtisch.de slash Discord und der Weg zum Glück ist euch offen. Vielen Dank fürs Zuhören nochmal. Ich wünsche euch eine gute Zeit, äh, ob jetzt im Kino oder nicht. Wie gesagt, Quiet Place Tag 1, 27.06. exklusiv im Kino und dann vermute ich in drei Wochen auf Paramount+. Ich sage jetzt endgültig Tschüss, dann sagt der Chris Tschüss und dem Rino gebührt das letzte Wort. Tschüss. Und, äh, auf Wiederhören. Ich habe sonst nichts mehr zu melden. Tut mir leid. Pst. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir als Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.